Hallo, Hansen, mein Bruder, ich, Paul. Hansen, kannst du dir das selber vorstellen, glaube ich. Genau, ich kann mich auch selber vorstellen. Ich, Hansen und Paul. Und das ist unser neues Projekt. Wir wollen versuchen mit einem Pedalbetriebenen, also mit Menschenkraftbetriebenen Amphibienfahrzeug, was wir selber bauen werden, einmal quer durch Alaska zu fahren. Ganz vom Süden von Alaska, von Alleyhutem bis ganz den Norden. Und das wollen wir mit diesem Gefährt in groß quasi machen. Dafür brauchen wir natürlich einen Antrieb, der entsprechend uns überlang bringt, aber auch ein Gefährt, was schwimmen kann. Weil in Alaska gibt es viel Wasser und wenig Straßen. Deswegen werden wir die Flüsse im Sommer floßweise als Fluss bzw. Straße benutzen und im Winter als zugefrorene Straße, wie man es in Alaska eben so macht. 2018 soll es losgehen und Ende dieses Jahres haben wir den ersten 1 zu 1 Prototypen fertig, glaube ich. Und, ähm, wie nennen wir es? Na, Urmel. Wie Urmel auf Eis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020